Okay Leute, es geht weiter. Ich hab schon ein bisschen weiter gekämpft, weil ich wollte euch nicht die ganzen Kampf nochmal zeigen. Deswegen, es geht einfach weiter. Tja, wie ihr seht, ich hab bisher keinen Schaden verloren. Es geht einfach jetzt los und ich verprügeln ihn. Ich verprügeln ihn einfach. Ganz simpel. Auf die ganz altmodische Art. Ey, ich will... Okay, gewonnen. Ach, kacke, ich hab irgendwas komisches gemacht. Okay, irgendwas... Okay, so. Jetzt mach ich bei dir mal. Das, was du davor gemacht hast. Okay, komm. Vielleicht schaff ich einen perfekten Sieg. Ich hab einen perfekten Sieg. Yeah, Tension an. Perfekten Sieg. Sieg. Heute kommt perfekt, komm. Ach, kacke. Ich hab's geschafft. Ich hab gewonnen. Wartet mal. Okay, weiter geht's. Sprecher, Nanu. Der Wettkämpfer Goku hat gewonnen. Der Wettkämpfer Goku ist unser Champion. Schon wieder und wieder einmal hatte Goku den Weltkampf gewonnen. Und konnte den Applaus seiner Freunde genießen. Allerdings... Wie wär's, wenn wir nun erstmal was zu uns nehmen? Gute Idee. Ah, wups. Ich hab meinen Dranball und meinen Kraftstoff vergessen. Du musst völlig fertig sein. Überlass das, ähm, überlass das mir. Ach ja, jetzt kommt die Stelle. Danke. Ach, jetzt kommt... Das hat Krillins Stimme. Krillin. Was ist los? Krillin ist umgebracht worden. Es war ein Monster. Es hat Krillin umgebracht. Was? Es hat auch den Dranball und die Teilnehmerliste mitgenommen? Mist. Mist. Warte, Goku. Du kannst jetzt nicht gehen. Sammelgegenstand. Shens Hut erhalten. Tenshin an. Ist nun für Zweckkämpfe auswählbar. Was für Shao Su? Oder hab ich schon nix gehabt? Ach, jetzt kommt der Kampf gegen Trambolin oder wie der heißt. Ich hab dich gefunden. Warte. Wer bist du? Gib meinen Dranball und Krillins Leben zurück. Krillin? Meinst du dieses kleine, schwächliche Balk? Hey, hey, hey. Er ist tot, was? Freut mich zu hören. Was? Du hast Krillin getötet. Dafür bring ich dich um. Hey, hey. Das dürfte spaßig werden. Ich werde dich Krillins Schicksal teilen lassen. Okay. Musst du Teufel? Hier. Übertreib. Okay, er ist ein bisschen dämlich, weil man kann echt präzise schon sagen, wo er als nächstes angreift, weil... Was willst du, du verdammt, das... Das ist mein bestem Freund... Ja. Das ist mein bestem Freund getötet. Was los? Ach, du Kacke. Jetzt komm noch mal. Okay, irgendwie, du kommst ausgewischen. Was erwartet man schon von mir? Ach, Kacke. Jetzt schon wieder... Okay. Okay. Verdammte Kacke, wie lange will das noch machen? Egal, geschafft. Unmöglich. Wie kann ein Dämon wie ich von einem Menschen erleicht werden? Er ist ein Taya-Jun, aber egal. Du kommst mit mir. Bäm! Und... Oh, oh. Explosion. Dramatische Musik. Speichervorgang. Gespeichert. Ach, hier trifft er auch Yajurubi. Wow. Er hat mich wirklich erwischt. Ich frage mich, wie viel Zeit seither vergangen ist. Hey, du da. Was, äh... Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich? Ich bin Goku. Und wer bist du? Äh, Goku? Welch seltsamer Name. Ich bin Yajurubi. Musst du gerade reden, du Fettsack. Hä? Was hast du denn... Was hast du denn am Hals hängen? Das ist ein Dwangball. Der Ein-Stern-Dwangball. Ich hab ihn vor drei Jahren gefunden. Hast du ein Problem damit? Und so machte Goku Yajurubis Bekanntschaft. Und hatte in 0, nichts einen Dwangball gefunden. Aber dann landete König Piccolo neben Gokus Füßen. Ich, König Piccolo, bin den ganzen Weg hierher gekommen, um eine kleine Larve wie dich zu töten. König Piccolo? Aha. 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 Sieht ganz so aus. Als hätten wir hier auch zwei Dragonballs. Was? Was? Hölle? Hey, Goku. Du kannst diesen, äh, Ball hier haben. Hey, bist du der Chef von diesem Typen, der Krillin getötet hat? Äh, getötet hat? Und meine Dwangball gestohlen hat? Ja, so. Die schlage ich K.O. Goku ist gleich... Goku, äh... Goku ist gleich weg. Goku ist gleich weg vom Fenster. Ach, du heilige Kacke. Ja, ist klar. Ich kann... Ich kann gewinnen. Auch, ich hab verloren. Das ist gescriptet. Guckt euch das Leben an. Es hätte keinen Sinn, irgendwas noch hier zu erledigen. Oh, 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 oh. Hey, Goku. Zeig's ihm. Hey. Oh, oh, oh. Mist. Dem konnte ich nicht gerade das Wasser reichen. Du bist ganz schön zäh, was? Sag mal. Auch wenn ich nicht gerne frage, könntest du mich zum Quittentum bringen? Ich kann mich nicht bewegen. Kein Problem. Ich bringe dich gern hin. Warum so freundlich? Im Anime war ich immer so unfreundlich und hat immer in der Nase gepopelt. In dieser Fettsack. Einfach die Biberzähne. Dafür besorgst du mir... Dafür besorgst du mir was. Hm, zu essen, okay. So begaben sich Goku und Yajiro wie zum Quittentum. Und ich bin immer noch krank, wenn ihr das wissen wollt. König Piccolo hatte inzwischen Muttenroschi umgebracht, der sich tapfer gewehrt hatte. Er hatte die anderen Denguards genommen und hatte sich wieder jung gewünscht. Und dann hat er ausgerechnet Li-Shangron getötet. Du elender Wichser. Ha 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 ha. Ich hab's geschafft. Die Macht gehört mir. Schaut euch diesen Körper an. Ich bin wieder jung. Und sexy. Und ich habe Haare zwischen den Beinen. Ey. Es ist in der Zeit, dass der König die Welt regiert. Goku und Yajiro bekletterten. Ja, ist klar. Er hat bestimmt hochgeklettert. Auf den Quittentum. Als Karen sie begrüßte, wusste er bereits über König Piccolo Bescheid. Um die in Goku schlummernde Kraft zu wecken, empfahl er ihm das göttliche Wasser. Hä? Göttliches Wasser? So ist es. Wundervolles Wasser. Der Götter. Er wird sein Genuss mich stärker machen? Das weiß ich nicht. Das göttliche Wasser ist ein herrlicher Trank, der in dir schlummernde Kräfte weckt. Ich will auch sowas haben. Er könnte es ja ausprobieren, oder? Das göttliche Wasser ist allerdings äußerst giftig. Aber wenn du das Gift erstmal bekämpft hast, wird deine Kraft eroffenbart. Allerdings hat bisher niemand den Genuss des göttlichen Wassers überlebt. Ich werde davon trinken. Bist du etwa verrückt? Du wirst sterben. Ich werde nicht sterben. Ich muss alle rächen. Richtig so. Ich verstehe. Dann folge mir. Wo befindet sich das göttliche Wasser denn? Es befindet sich tief in dieser Höhle. Im Inneren des Gefäßes. Also begib dich ins Innere des Gefäßes und suche das göttliche Wasser. Okay, los geht's. Und dass du uns bloß nicht stirbst. Okay. Wartet mal. Okay, noch ein Minuten, wenn es ein bisschen vergangen ist. Hab ich ja noch genügend Zeit. Bisschen Gegnertüten. Die regen mich richtig auf hier. Okay. Bin ich auch gleich beim göttlichen Wasser oder muss ich noch ein paar Mal hier kämpfen? Ach komm. Los geht's. Und so. Ich glaube als nächstes kommt ein anderes Jump'n' One Spiel, was ich habe noch. Oder runterladen muss. Also geht's hier lang. Ey, willst du mich verarschen? Tut mir leid, Leute, dass ich husten muss, aber ich bin krank. Das ist normal für mein Alter, hier rum zu husten. Ach komm. Mann, Nase juckt wieder. Und ein Leben dazu. Ach komm, bleib da unten. Ach, fick dich doch. Verfolg mich nicht. Wo zur Hölle bin ich? Okay, ich gehe einfach diesen Weg. Ich hoffe mal, dass das der richtige ist. Ähm, ja. Hab ich alle getroffen? Du elender... Was krampfst du mich da die ganze Zeit an? Du elender Homo Sapiens. Äh, kann ja nicht sein, weil er ein Schwein ist. Also kam ich nicht von hier? Warte mal, kam ich nicht von hier? Ich kam von hier. Komm. Wie respawn sind die wieder? Ach komm, nochmal. Den ganzen Weg jetzt umsonst gegangen, oder was? Ach, fick dich. Ich gehe mal den oberen Weg. Und hier rein. Achso. Ah, Hamburger. Den kann ich jetzt mal gebrauchen. Wartet. Okay, Leute. Es geht weiter. Äh. Kracke. Wenn einer von diesen komischen Spiechern mich hier tötet. Boah. Warte, gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, oder? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Okay, dann gehe ich mal diesen Weg hier. Ach, komm hier. Danke. Ach ja, ich weiß, Leute, was er als nächstes spiele. Ich weiß, äh, also, das nächste Spiel ist ein Donkey Kong Spiel. Ja. Ich muss jetzt mal langsam... Hey, wie sollte ich da rüberkommen? Egal, ich mache einfach... Ich gehe in die andere Richtung. Bestimmt gibt es auch andere Möglichkeiten, als... Anstatt diese Möglichkeit. Fick dich. Ach, komm, leck mich. Was? Ach, kacke, jetzt bin ich wieder da. Ach, verdammt. Also, ich musste wirklich den linken Weg gehen. Okay, ich bin jetzt wieder hier. Jetzt muss ich wieder hier. Ach, jetzt muss ich wieder... Diese komischen Viecher töten. So. Kacke, verd... Egal, ich beruhige mich. Verdammte Kacke, nochmal. So. Und so. Okay, geschafft. So. So. Aber wie soll man diese verfickte Stelle schaffen? Er kann ja nicht so hoch springen. Oder doch? Ähm, ja. Ähm, ja. Oh, komm. Ja, leck mich am Sack, du Elender. Komm. Oh, geschafft. Oh, geschafft. Verdammt. Ja, geschafft. Ähm. Okay. Was zur Hölle? Was macht... Was? Er wird's übertreiben mit dem Schaden, oder was los? Egal, komm. Er wird's übertreiben mit dem Schaden hier. Ja, pull on. Komm. Ach, fick dich doch ins Knie. Boah, ey. So, stirb. Ey, wie mich diese kleine Ratte da nervt. Was? Äh, ja. Ey, übertreib. Okay, komm. Komm, nochmal. Oh, scheiße. Bin bald tot. So. Erstmal so klarstellen, wer hier das Sagen hat. Jetzt ein bisschen verprügeln. Erstmal ein bisschen klarstellen, wer hier das Sagen hat. Okay, schnell ausgewischen. Ach, fick dich doch. Und. Ach, komm. Ja, fick dich. Boah, komm. Komm. Ja, Leute. Ihr seht richtig. Ich habe Skills entwickelt. Ich kann... Ich kenne den Gegner jetzt. Okay, komm. So, dankeschön. Weg. Verdammt, ja. Okay, wer kommt als nächstes? Okay, es kommt jetzt kein... Ich habe echt gehofft, dass jetzt noch kein anderer Gegner kommt. Ach, komm. Ein Leben dazu. Oh, jetzt kommt wieder das dreckige Schweinchen da. Ich weiß nicht, warum der Wolf dich immer umbringen wollte. Du nervst. Aber tierisch. Oh. Boah. So. Ach, scheiße. Ich wollte den Apfel noch. Haar zur Hölle. Oh, eine Kapsel. Oh, jetzt... Eiei, ei, 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 ei. Oh. Irgendwie hat der andere Haare. Ist er vielleicht stärker? Was zur Hölle? Ey, habe ich jetzt irgendeinen, äh... ultimativen Shit? Ich glaube, ich bleib mal die ganze Zeit hier. Ach, komm, so. Das trifft nicht, ist klar. Ach, du heilige Kacke. Pauli Mama. Verdammt. Ah, ich habe eine Idee. Ja, Leute. Abmoxen, macht Spaß. Äh. Okay, ich gehe mal da jetzt nach oben. Oh, Krillie. Was? Kann ich gegen ihn eigentlich gew- Verdammt. Verdammt. Ja, stirb. Wartet mal. Okay, ich mache noch diesen Kampf hier rein. Ob ich den noch schaffe? Gucken wir mal. Fahr zur Hölle. Ach, komm. Der denkt wie ich. Und der kämpft wie ich. Ja, komm, wir kommen ja von der gleichen Schule. Aber trotzdem. Ich bin da... Ich bin der begabte Schüler. Du bist der... Der Schüler, der einfach nix kann. Komm. Oh, Kacke. Okay, wenn du so willst. Wenn du so willst. Wir können auch andere Seiten aufziehen, ja? Ach, du Kacke. Okay. Ach, du meine Güte. Du Wichser. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Wir sehen uns. Ich fühle mich.